Jo, hallo, Freunde! Ja, gesundheit! Der Nächsten voll mit Dezibel-Zahlen in unsere Ohren rein. Oder in eure... Zu lösch. Hä? Zu lösch. Aua, fuck! Die ist genau sechs Sekunden länger. Ist doch egal. Ja, ja, also wir werden wieder Spielchen, die wir in das Überleben erzählen. Das ist eine von mehreren Episoden, die wir raushauen werden. Also in nächster Zeit werden wir sehr oft was mit... irgendwas... Predator am Hut haben. Ich ignorier diesen Duröpster jetzt einfach aus Prinzip. Und, ja. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Falls es euch nicht gefällt, das verpisst euch. Ja, und noch was, äh, wir haben das Spiel zeitlang nicht mehr gespielt. Seit sehr lang. Und wir haben das... Und wir haben uns quasi bei diesem Spiel kennengelernt. Könnt ich ja vorstellen, wie das war. Boah, hört's auf! So ungefähr bloß, das ist die für... Das ist die stark untertriebene Variante. Nein! Ähm, also, soll man noch klären, was passiert da? Ich denke, die werden schon wissen, was da passiert, oder die werden... Also, also, schreien, weglaufen, weinen und überleben. Und ein bisschen Hosenkacke wird auch dabei sein. Ne, in Fälle. Das ist wie die Kampagne. Und was, was wie die Kampagne, sind die Kampagne in japanischen Erinnern. Okay, also... Was, 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 was? Ich bin jetzt! Er ist der Führer. Ich muss ja, was, was trinkt. So, ich hab' mein Apfel gegessen. Kapitän Reise soll sein. Ja. Ahem. Was? Ja, leider. Äh, wiss, 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 wiss. Oh mein Gott, oh mein Gott. Pfff. Hit, 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 hit. Ja. No. Ja und? Ganz ruhig, ganz ruhig, lass sie jetzt nicht gehen. Ja, ich wollte bestimmt, dass Buster es da hochreißt. Nein, die, die ging erst mal zum leichten Start und dann... Also für die... Au. Ich hab Friendly feiert. Pass auf. Pff, schön. Pff, was soll ich denn immer sagen? Also für alle, die das jetzt nicht kennen, äh, dieses Spiel, da, ist halt, genau so, wie, so Zombie-Dingens bei, eben, oder Morpher, da, da, da spielt sie halt im Grunde, in so eine Art Glass Man Standing-Dingens, wo, wo halt verschiedene Wellen von irgendwas einfach zukommen, bla bla bla, oder so eine Ehe. Und du musst dann irgendwie halt bezwingen, und ja... So, verschiedene Areale, die ihr fortlegen könnt, verdammte Scheiße. Oh nein, er hat keinen Call of Duty. Ich will's auch nicht haben. Au. Boah, halt's Maul. Warte mal, verschwende deine Muni nicht, die gehen eher an dich, äh, nah an dich ab, und dann gehen sie dir so leicht verschlafen. Also... Ich weiß. Jetzt aber geht's wieder oder was? Gleich. Ja, du musst ja auch gedeckt halten. Ups. Was ist denn so? Nicht mehr. Was ist denn? 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 Oh fuck! Nachlaut. Okay. Die erste Welle haben wir dann. Die erste Welle haben wir dann. Ähm, es gibt... Keine Ahnung, so lange wie wir durchhalten. Ich hab mal in 12 oder 13 Wellen oder hier. Ah fuck. Oh puh! Pass auf. Hallo. Hä? What the fuck? Ich bin ges... What the fuck? Ich bin gesprungen! Hä? Ich bin... Ich bin hochgesprungen gerade. Hä? Also... Fuck, ich bin gesprungen wie noch einmal an. RAPTUR! Ich hab hier ja schon schon bei den Schocken. RAPTUR! 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 Jetzt greift er an! Nein, noch mal. Hier müssen wir zu Spaß haben. Ja, stirb doch! Ja, ja! Ja, ja! Piss dich! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Wie lange machen wir denn? Das war auch bis wir sterben, oder? Ja, ja. Äh, wahrscheinlich gibt es jetzt auch ein Battle. Wahrscheinlich. Oder? Hm, hüßt wahrscheinlich jetzt. Das ist überraschend verraten! Ja, jetzt ist die überraschend verraten! Ja, jetzt ist die überraschend verraten! Schlimmer! Jetzt könnt's... Jetzt könnt's nicht warten! Geht. So, die zweite Trille. Wo ist dann... Nein, dass es nicht richtig drauf geht! De facto! Ja, warum? No, ich... Oh! Die Einserlöning! Eine.. Ja, yerne! Die Ein theoretische Schuss! Die Hohre造... Ja, pas auf! Was?! Ich mode voleg... Haa... Hello... Das istuter. Frost약... Drüüüüüüüh Diggss Hahahahaha Wachst du? Fuck! Fuck!Wht FACK Hey Cordero! Ich höre gestalt er! Ja nee, das musst du nicht machen! Jetzt passiert das, wer mit dem Tür da vorne auf geht! Ja und das ist der von der Seite! Der Typ, der gerade da dritte parüht ist, der zieht durch die Tür! Hallo?! Ja was ist denn? Ich werde nicht versuchen... oh da ist ein Alien! Komm, ey! Gerade ist dein... Ha-Ha-Fua! Ey, das ist ja ein Alien von der Kamera durchgesprungen. Pfff, ist das Zeit, ja? Nee! Wo ist ein Alien? Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie's a-lives Fall. Nein! Ey, ich weiß schon, ich bin hoch, die ging gerade voll. Ach, biss dich! Was ich glaub, das wurde zu oft dann? H ginger! Hände dir! Hände dir! Hände! Seine! Hände er! Ehhh, was? Ähm... Aaaaaahhh... NEEE! Jörgge! Bin ich so aus einem Windows-PC? Vor... Ihr Antrag wird bearbeitet, verpiss dich! Da, Freunde, wuch ich nicht! Au! Spung mich nicht an! Spung mich nicht an! Ja, ist klar. Au! Oh, das ist die Popgun. Ich weiß die ganze... Ich werde da schnell hin. Sof. Boah, verpiss dich. Eis, halt. Oh, Junge! Oh, das ist die Popgun. Muck nicht! Halt dich! Wie viel Leben hast du überhaupt noch? Sie ist gerade, aber das ist eine Kugel. Ich werde hier gerade ein Spray. Nein, jetzt nicht doch. Was hast du noch mit ihm vor? Du bist dabei! Drei End jetzt! Drei End jetzt! Drei End jetzt! Ich bin Jumbo. Kami! Passt schon! Ich habe gesehen, wie da jetzt rausgerissen wurde. es war dabei die hochschauen über das die Klinik die Strecke am Ende in der Schausgabe die Witzel und Schreiber Unterschiede Robb da auch immer ich bin der Grunde und zweites Match er hat mal gemerkt wie ich auf dem Schneckstaub bin oh fuck Machen wir gleich eine andere Map? ins Mausoleum? Ich mein, diese Aufnahme ist ein bisschen zu kacke zu verkacken zu wenig oder diese Runde Ja und ich bin schon Connor Ja ok, wir bereit Ja, aber Wir bereit Wir machen's ja für die Fans Oh man Ich war nicht bereit Ich bin ein bisschen Hier Drei ich bin ein bisschen Untertitelung des ZDF, 2020